Willkommen zu einer weiteren Folge von Erstmal wird man nach dem 100% vorhanden. Weiter geht es bei den Kampfkarten mit Erso. Hochverzinst ist an der Reihe. Jetzt habe ich langsam noch den Bogen raus, auch wenn ich diese Karte hasse mittlerweile. Nein, warum hast du denn den großen gehauen? Nimm mal an, das ist doch trotzdem mal. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das wollte ich auch nicht machen. Egal. Das wollte ich auch nicht machen. Reicht das schon? Reicht das schon? Na, ich habe runtergeblieben. Okay, ich werde trotzdem besser. Jetzt habe ich einen. Na, ich habe einen. Na, ich habe einen. 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 Das wollte ich zwar so gar nicht, aber egal. Hier, das gebe ich euch gerne mal zurück, Jungs. Wie denn, wo denn, wann denn? Wie, wie, wo, wann? Frag du doch nicht, woher der Donner kam. Nein. Nein. Jetzt müssen aber die anderen Schläge alle sitzen. Ornate Na, langt wieder nicht Dann ist einer durchgehende Kombo gewesen Wie bist du da geiler Scheiß, aber so? Oh, das war, das war knapp Ich dachte gleich haben sie mich Mach die Waffe kaputt Boah, beinahe wäre ich getroffen worden Okay, ich hab's Jetzt ist es egal, aber mal gucken, ob man mal die Kombo mal ein Stück aufrechterhalten kann Das wäre aber ein geiler Shit Boah, eine Kombo war das jetzt Das war mein besserer Lauf Guckt mal hier, perfekter Free Flow Alter, gibt das hier Okay, wenn ich einen perfekten Fehler hier Sind die Aufgaben alle übermachbar Jetzt verstehe ich auch, wie designende Typ so eine Übelst hohe Kombo ich hatte Das war's für mich, ich habe es ein paar Mal Das war's für mich, ich habe es ein paar Mal